Ein Ford C-Max steht hier zum Verkauf. Der weiße Van ist fünftürig, bietet Platz für 7 Personen und hat einen großen Stauraum. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 20.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Mitte 2014. Der Van bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, ISOFIX, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Bluetooth und vieles mehr. Das Schaltgetriebe überträgt eine Leistung von 140 PS. Auf 100 Kilometern liegt der angegebene Verbrauch des Diesel bei 5,7 Litern. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 20.870 Euro. Kontaktieren Sie uns, wir informieren Sie gerne näher. Autohaus Ködler. Ständig 1000 Ford auf Lager. Größte Auswahl. Bester Preis. Untertitelung des ZDF für funk, 2017